Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Street Fighter 6 Video Rangmatches mit Manon. Wir sind Silber 1 geworden und ich glaube, das ist auch gerechtigt irgendwo. Wir können mal gucken, wie weit wir es treiben. Daher, let's go. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hey! Oh yeah! Ah so? Ja! Ja? Alles klar! Bezemberg? Und Level 2 Zumindest ein bisschen Wurflevel aufbauen, den müssen wir aber kriegen. Bezemberg? BAM! Sehr schön! Okay, let's go! Was? Das bricht immer! Okay! Der macht immer nur denselben Kack! Wow! Oh! 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 Ich kann dieses... Schwingen bin ich nicht so gut. Und das ist das, was man gegen Manon macht. Das ist so... Den kriege ich. Komm mal. Ja, klar. Ja, klar. Wieso kriegt er mich immer beim Jump? Was ist das denn? Ah, ich bleib's durch. Ja, klar. Ja, klar. Ach, komm. Ah. DJ, win. Alter. Er hat echt gute Normals. Mann! Okay, sehen wir uns beim nächsten Fall. Oh, shit. Okay. Unser nächster Gegner, eine Chun-Li. Wollen wir mal schauen. Chun-Li ist generell schwierig für mich. Wollen wir mal schauen. Okay. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Die? Die? W Was? Wieso kick ich das nicht raus? Mann! Ich bin so steif mit dir. Okay. Komm schon. Ich bin so steif mit dir. Ich bin so steif mit dir. Okay. Ich bin so steif mit dir. Ah shit. Ich bin so steif mit dir. Ich bin so steif mit dir. Ich bin so steif mit dir. Aber ich muss so öfters eigentlich was anderes machen. Ich bin so steif mit dir. 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 Okay. Let's fucking go. Ken wieder. Ich bin so steif mit dir. Ich bin so steif mit dir. Ich bin so steif mit dir. Das war nicht gut. Ja okay. Ich bin so steif mit dir. Ich bin so steif mit dir. Ich bin so steif mit dir. Mann. Ich muss gleich ein Problem beheben. Irgendwie. Der Kontakt. oh man GI sehr oft GI oh man das ist lächerlich oh man den hab ich doch in der Tasche oh komm schon meine Güte meine Reaktion ist heute für den Arsch natürlich wieder GI oh ich kann damit nicht um ach das ist so oh oh man ey raus raus mit dir ey oh ja klar natürlich gewinnt er schon wieder die STI ey das ist so ich fass es nicht muss besser drauf wieder gehen und schon wieder gewinnt er und schon wieder gewinnt er wieder gewinnt er weil ich nicht richtig dabei gehe ach das ist sex ach das ist ach das ist wieder so ne Armutszeugnis von mir ey ach ok nächster Fall ok unser nächster Gegner wieder ein Kennen oh man ach die müssen wir doch mal händigen können das ist aber schwierig mit Marlon ok 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 come on ja 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 Natürlich! Wieder greifen! Ey, Mann! Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist... Das ist... Ich kann! Auch! Komm schon, Alter! 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 Das ist Kombo? Der hat noch gewonnen! Ey, ich fass es nicht! Oh, Mann! Ja, natürlich will er kein Rematch! Oh, nee, ey! Ja, wir sehen uns beim nächsten Gegner! Oh! Okay, unser nächster Gegner, eine Marissa! Oh, meinst du noch mal! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich bin Hunger! Mann, so viel D.I. Oh, ey. Oh! Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey. Wo ist Dich? Wo ist Dich? So kann man jetzt noch mehr machen. Okay. Ah so, ja gewinnt, okay. Oh, was? Ich kann die Eis nicht brechen mit dir. Ach, ist das beschissen. Ah. Ah, wenn ich einmal in die Fesse bekomme. Er gewinnt schon wieder. Nee. Nee, wenn ich einmal den Panzer, äh, den Armor bewirre, dann bin ich im Arsch. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ja, klar. Ja. Ja, nee, also... Ich glaube, ich bin mit Manon nicht so gut. Das wird nix, glaube ich, Leute. Oh mein. Da tue ich mir, glaube ich, keinen Gefallen mit. Ekel, weiter. Ja. Okay, nächster Gegner, Ryo. Ja, so weit sind wir gekommen. Naja, was wollen wir machen? Ja, aber den kann ich irgendwie für viel alles machen. Das war's für heute. Tschüss. Hartnockdown. Ja, das ist dem zu viel. Sehen wir uns beim nächsten Fight. Okay, Cammy. Das wird schon schwieriger wieder. Okay. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 1, 2, 3 2, 3, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, Oh look, come here! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wieso greife ich da an? Ja klar macht der Level 3. Ach man. Ach man. Das ist wieder so ein Fehler. Das ist wieder so ein Fehler. Das ist wieder so ein Fehler. Kern sein. Ja, ja. What? Ja, ich bin nicht gut. Ich bin ja nicht gut. Ja, ich bin nicht gut. Ah, es war mies. Aber was soll man machen? shit Wieso mache ich es? Ja, gewonnen. Oh, wir haben über die Strenge gezogen. Okay, meine Damen und Herren, das wär's mit der Folge Speedfighter 6 Online-Wang mit Manon. Ja, wollen wir mal schauen, wie wir das schaffen, wie wir weitermachen. Das ist doch schwieriger für mich als gedacht. Ja, einmal ist mein Controller ausgefallen, beziehungsweise mein Kontakt. Da denke ich mir so, ach, naja, jetzt habe ich das Problem gelöst. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, wir werfen die Leute weg. Hoffentlich besser. Und ja, mal gucken. Also ich würde mal sagen, ich werde noch insgesamt sechs Folgen, also sechs Runden werde ich nochmal machen mit ihr. Aber ich glaube, mehr ist auch nicht drin. Auf jeden Fall, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasse und like da unten einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Streetfighter-Zweck der Fels hinterlassen, Abo da und ringer dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und ich würde sagen, ich bin die Kay, das ist GameState 5. Und wir sehen uns dort, wo der Kampf am meisten steht. Und zwar auf der Straße. Bye, bye!